Der Teufel So, und jetzt ist es doch passiert. Wir haben das vergessen, was uns eigentlich hätte führen sollen. Der Teufel ist der dunkle Bruder des Hierophanten. Der Hierophant weiß, der Teufel weiß nicht. Und jetzt sind wir sein Gefangener. Beziehungsweise ein Gefangener unserer selbst. Eingesperrt in unserem eigenen Teufelskreis. Schwierig. Denn wir haben ja vergessen, was uns fehlt. Natürlich nicht unmöglich zu lösen. Wir merken ja schon, dass da etwas nicht ganz stimmt. Dass wir uns im Kreis drehen, nicht wirklich wohlfühlen. Vielleicht haben wir sogar Schmerzen oder sind krank. Aber es ist halt einfach bequemer, so ein bisschen angefesselt sitzen zu bleiben, als sich zu überwinden und den Schlüssel aus dem Feuer zu holen. Anstrengend ist es außerdem. Man müsste ja sein eigenes Feuer mobilisieren. Und wenn man mal an so viel Wärme von außen gewohnt ist, dann fängt man schnell an zu frieren, wenn sich was verändert, oder? Also bleiben wir mal sitzen und warten ab. Und natürlich. Dann fängt Mitisse Abonnenten an und ab